Mein Name ist Olaf Brill, vielleicht habt ihr schon mal was von mir gehört. Ich mache ja den kleinen Perry zusammen mit dem Zeichner Michael Vogt. Michael ist heute nicht hier, aber wir waren ja mit unserem Buch sehr viel unterwegs und da wollte ich euch ein bisschen was von erzählen und ich habe euch auch etwas mitgebracht. Ihr merkt schon, ich bin in diesem Kindererzähltonfall drin. Wir sind es also inzwischen gewohnt, dass wir wirklich vor vielen Kindern lesen und das war ein unglaublich tolles Erlebnis. Wir haben das ja nicht gewusst. Ich war ja mit euch zusammen auf dem Garchingcon vor einem Jahr und da habe ich zum ersten Mal im Grunde Bilder aus unserem Buch gezeigt, natürlich umgeben von Perry-Fans im gewissen Alter, die die Perry-Rodern-Serie kennen, aber die im Kindesalter selbst schon entwachsen sind und wir wussten nicht genau, was erwartet uns da einfach. Ihr wart ja auch so süß und habt mich alle voller Freude umringt und gesehen, mit wie viel Liebe wir unsere Kinder-Versionen von Perry-Rodern machen. Unser Dreh ist ja, wir stellen uns vor, was wäre, wenn Perry seine ganzen Abenteuer schon als Kind erlebt hätte und haben da einen ganz süßen Kinder-Comic gemacht. Mit dem Michael Vogt habe ich ja einen Partner, das habe ich vorhin auf dem Phantastisch-Panel schon erzählt, mit dem ich schon sehr lange befreundet bin und sehr lange zusammenarbeite und wir verstehen uns sehr gut, wir wissen schon, wie der andere tickt und der hat also unsere Perry-Figuren so super niedlich umgesetzt, dass also alle wirklich ganz begeistert von unserem Ansatz sind. Man muss natürlich ein bisschen was anders machen in einem Kinder-Comic, als wir das in unserer superbrutalen Erwachsenenserie so kennen. Also bei uns können wir nicht die Geschichte erzählen, wie Perry den Atomkrieg verhindert und die Menschheit eint und Herrscher des Solaren Imperiums wird und so weiter. Bei uns ist Perry also ein Weltraumabenteuer, der auf der Suche nach den Wundern des Kosmos ist und natürlich immer für friedliche Lösung der Konflikte eintritt und erlebt dabei so allerlei, was wirklich also parallel ist zu den Abenteuern unseres großen Perry-Rodern. Und was ich euch jetzt mitgebracht habe, ist ein ganz wunderbarer Vortrag, den wir also, wenn wir unterwegs sind, halten. Der erste Band ist ja vor einem Jahr erschienen und in Garching habe ich im Grunde nur so ein paar PDF-Seiten gezeigt und habe euch daraus ein bisschen was vorgelesen. Inzwischen gibt es also einen professionellen Vortrag, mit dem wir den Kindern Seiten vorlesen aus diesem Comic. Und da Michael nicht da ist, muss ich das diesmal ganz allein machen. Ich spreche also alle Rollen und wir haben eben auch einen Ausschnitt aus Band 2 dabei, der ja erst vor wenigen Tagen erschienen ist. Michael und ich waren am Dienstag in Hamburg. Wir haben in einem kleinen Comicladen, der da eröffnet wurde, wenige Tage zuvor, auch signiert und aus dem kleinen Perry vorgelesen. Waren im Anschluss zum ersten Mal beim Carlson Verlag und haben da die wunderbaren Büroräume unserer Kollegen besucht. Carlson ist ja ein Riesenverlag, da sind 300 Mitarbeiter, die machen 1500 Bücher im Jahr. Der Verlag ist in zwei großen Gebäuden einer ehemaligen Fabrik untergebracht und wir haben uns da also sehr, sehr zu Hause gefühlt. Ich habe da ein Posting dazu gemacht und geschrieben, das ist wie wenn man ins Abbey Road Studio kommt, wenn man also großer Beatles Fan war und ist zum ersten Mal da. Also wir sind sehr, sehr zufrieden mit den ganzen Leuten, die uns helfen, den kleinen Perry auf den Markt zu bringen und wenn es nach uns geht, machen wir jetzt jedes Jahr ein neues Buch. Ich zeige euch einfach mal den Anfang des Vortrags und ich kürze dann ein wenig. Ja, ich werde nicht die ganze Lesung aus Band 1 machen, sondern nur einen Teil und dann steigen wir ein bei einer Lesung zu Band 2. Das bin ich. Ja, man sieht, es geht schon los mit den niedlichen Zeichnungen und Michael ist normalerweise auch dabei. Das ist also derjenige, der die tollen Zeichnungen macht und wir erklären am Anfang dann nochmal kurz, das ist Perry, unsere Hauptfigur. Wer von euch das jetzt wirklich noch überhaupt nicht gesehen hat, sieht jetzt also, so haben wir Perry Rodan umgesetzt. Ja, er ist bei uns wirklich dieser Junge und der ist im ersten Band ja begierig darauf, mal eine Rakete zu besteigen und zu den Sternen zu fliegen und wird dann so eine Art blinder Passagier auf der Stardust. Wir haben natürlich die kleine Thora dabei, auch super süß. Wir haben eine Weile überlegt, ob wir die ganze Serie nicht Perry und Thora nennen, denn bei uns sind natürlich Jungs und Mädchen gleichberechtigt und das Wunderbare ist, das erkennt man auch in unserem Publikum. Ja, also wenn wir vor Kindern lesen, dann ist da die Hälfte Jungs und die Hälfte Mädchen und die Mädchen interessieren sich wirklich genauso für Weltraumcomics wie die Jungs. Wir hatten also ganz, ganz wunderbare Erlebnisse auf unseren Touren mit dem Kinderbuch und der kleine Cookie ist dabei, denn das kannst du nicht bringen. Ein Kinderbuch über Perry Rodan zu machen, ohne dass Cookie dabei ist oder dass Cookie erst in Band 17 kommt. Ja, wann erscheint Band 17 im Jahr 2039 oder so. Nein, 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 nein. Cookie ist bei uns von Anfang an dabei als so eine Art Haustier von Perry. Der ist ihm zugelaufen, kommt in Wahrheit von einem anderen Planeten und hat ein paar unheimliche Kräfte, wie sich später herausstellt, die auch dazu führen, dass Perry mit Gucki auf die Stardust teleportiert. Und das ist Band 1 und Band 1 erzählt ganz klassisch die Geschichte, wie Perry mit der Stardust zum Mond fliegt und dort ein abgestürztes Raumschiff der Arkoniden vorfindet und natürlich auf die kleine Tora trifft. Und da Perry bei uns ein Junge ist, ist der Kommandant der Stardust natürlich Reginald Bull. Ja, so musst du das machen. Von der Erde haben wir noch Ras Chubai mitgenommen, der ist bei uns der Pilot der Stardust. Ja, wir mussten ja irgendwie die Leute auf den Mond kriegen, denn wir fliegen vom Mond aus direkt weiter in den Weltraum. Ja, wir befassen uns erstmal gar nicht mehr mit der Erde, sondern Perry erlebt mit seinen Freunden ein Weltraumabenteuer. Und Holger, wenn ich dich jetzt bitten dürfte, dass wir auf Folie 44 schalten. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr den Anfang der Geschichte kennt. Wenn ihr nicht der kleine Perry gelesen habt, dann erkennt ihr das sicherlich aus der Perry Rodan Serie wieder. Wir sind also auf dem Mond und ab dieser Stelle lese ich euch aus Album 1 einfach mal meine Lieblingsszene vor. Das ist die Szene, wo Perry auf Tora trifft. Ja, und die ist also wirklich so wunderbar umgesetzt von Michael Vogt. Darauf wollte ich nicht verzichten. Und ich habe in Garching schon erzählt, das ist die Szene, die ich von Anfang an im Kopf hatte, als Michael zu mir sagte, sag mal, wollen wir nicht Perry Rodan mal als Kinderbuch machen? Perry und Gucki teleportieren auf das andere Raumschiff. Ja, sie sind mit der Stardust auf den Mond gekommen und jetzt sind sie plötzlich in dem anderen Raumschiff. Und da schauen sie sich ein wenig um und so geht das los. Ich glaube, wir sind im Weltall, heißt es also. Wir schweben. Völlige Schwerelosigkeit. Wie Tom Cruise in Mission Impossible. Hey, was machst du da? Ja, wusch. Gucki saust da also hoch. Gucki und ist da oben. Klack. Gucki, was ist da? Pusch. Und da kommt natürlich Captain Bull. Eine Ratte. Schwupps. Wir haben eine Ratte an Bord. Tu ihm nichts. Er gehört zu mir. Und wer bist du? Ach, jetzt kommt der schwierige Part. Achtung. Mein Name ist Perry Rodan. Ich komme aus Manchester und wir fliegen zum Mond. Bitte tun Sie uns nichts. Bitte tun Sie Gucki nichts. Ich habe ihn schon lange. Er ist ganz brav. Also, unser kleiner Perry redet immer zu schnell. Das ist seine Art, sich auszudrücken, wenn er besonders schnell denkt. Sofort um Schalter, ne? Und er fragt auch, rede ich zu schnell? Perry Rodan aus Manchester, ja? Und der junge Herr möchte zum Mond mitfliegen. Und was soll das sein? Ein Weltraumanzug? Und wo ist die Ratte? Gucki ist keine Ratte. Ich nenne ihn einen Mausbiber. Er ist mir zugelaufen. Jetzt ist er wohl verduftet. Den Anzug habe ich selber genäht. Meine Eltern? Deinen Eltern werde ich. Käpt'n Bull? Das möchten Sie sich vielleicht ansehen? Hä? Ach ja. Der Mond. So groß. Wir sind nebenbei auch zum Mond geflogen. Und jetzt passiert natürlich was. Unheimliches Licht. Und? Da ist ein seltsames Licht. Es kommt von der Rückseite des Mondes. Was ist denn das? Ein Energiefeld. Festhalten! Wir werden angegriffen. Jedenfalls ganz schön durchgeschüttelt. Klonk! Autsch! Alles okay, Sir? Keine weiteren Schäden. Die Funksteuerung ist ausgefallen. Wir werden langsamer, als ob wir durch Käse fliegen. Du hast ja gehört. Keine weiteren Schäden. Die wollen uns vom Mond fernhalten. Tschubai, machen Sie die Energiestrahler scharf und werfen Sie den Booster an. Schubs! Energiestrahler? Sie haben Waffen an Bord? Käpt'n Tschubai, Booster feuern. Wir fliegen zum Mond, ob die das wollen oder nicht. Volle Kraft voraus. Wir landen am Südpol des Mondes. Da, wo das Licht herkommt. Der Mond sieht wirklich aus wie ein grüner Käse. Wir haben das fremde Kraftfeld durchstoßen. Booster-Stufe ist ausgebrannt und wird abgeworfen. Achtung, wir sind viel zu schnell. Wir machen eine Bruchlandung. Die Steuerung versagt. Wir trudeln. Festhalten! Käpt'n Bull, wir orten ein Objekt, das da nicht hingehört. Achtung, wir kommen runter. Wir müssen das Schiff abfangen. Oh, das wird jetzt heftig. Achtung, der Krater. Crash. Ha, abgefangen. Landemanöver jetzt. Landung, wirbeln etwas Staub auf. Krack. Etwas Staub, das war eine massive Bruchlandung. Ein Landebein ist angeknackst. Käpt'n, das geortete Objekt ist gleich da vorn. Sind das die Chinesen oder was? Was ist das? Ein riesiges Raumschiff. Es hat die Form einer Kugel. Die haben ja auch ein Landebein angeknackst. Okay, man kennt die Geschichte soweit. Jetzt habe ich also hier die Szene gehabt, wo sie auf dem Mond gelandet sind. Und jetzt kommen wir hoffentlich zu der Szene, wo sie rüber wechseln zum Raumschiff Aetron, dem Arkonidenschiff. Jawohl, da sind wir. Also Perry und Cookie sind jetzt rüber teleportiert und mal sehen, was da passiert. Achtung! Roboter, ein ganzes Bataillon. Guckt mal, wie niedlich sich Cookie an die Wand drückt. Das sind unsere Arkoniden-Roboter. Sie haben uns nicht bemerkt. Gibt es auf diesem Kugel-Dings nur Roboter? Aber die Roboter sind nicht auf die Wahrnehmung biologischer Lebewesen programmiert. Deshalb haben sie uns nicht gesehen. Aber wofür brauchen Roboter künstliche Schwerkraft? Sie gehen da so den Gang entlang und sehen plötzlich um die Ecke diesen unheimlichen Schatten. Ah! Das ist das Ende einer Seite. Wir produzieren den sogenannten Umblätter-Effekt. Denn die Kinder wollen jetzt natürlich sehen, was passiert auf der nächsten Seite. Perry erstmal in Panik und rennt weg. Jetzt bin ich gespannt, wie das Bild aussieht. Okay, es werden drei Bilder erstmal aufgebaut. Nehmen wir es so. Renn so schnell weg du kannst, Cookie. Das ist ein Alien, ein echtes Alien aus dem Weltraum, von einem fremden Planeten. Der Besitzer dieses Kugel-Dings. Wer weiß, was der mit uns macht, wenn er uns erwischt. Sie rennen unten lang, sie rennen auf die nächste Seite. Jetzt werden wahrscheinlich alle Bilder angezeigt. Ah, das geht doch ganz gut. Wir müssen ein Versteck finden. Renn, Ruckig, Guckig, rennen. Wo mag dieser Gang hinführen? Ist das Alien noch hinter uns? Ich glaube, wir haben es abgehängt. Das war knapp. Sehr witzig. Hat euch keiner gesagt, dass er in einem Kugelschiff im Kreis rennt? Und da steht die kleine Tora. Ja, okay. Die Präsentation war jetzt nicht ganz so schön, wie ich das erhofft hatte. Aber ihr seht schon, was wir hier gemacht haben. Wir haben die Leser tatsächlich dazu verführt, hier im Kreis zu lesen. Und Tora, die hier am Anfang steht, ist natürlich am Ende einfach stehen geblieben und trifft jetzt auf Perry. Und dann frage ich die Kinder an solcher Stelle gerne, oder wollt ihr, dass wir noch eine Seite weiterlesen? Ja, wir wollen die nächste Seite. Du, du bist ein Mädchen. Der kleine Gucki ist von Anfang an recht angetan. Ein Mädchen. Ein Mädchen aus einer fremden Welt. Ein Weltraummädchen. Ein Mondmädchen. Gehört dir dieses Raumschiff? Bist du die Kapitänin? Woher kennst du unsere Sprache? Der Schnellrederpart wieder. Rede ich zu schnell? Mondmädchen. Mondmädchen. Ich bin Tora aus der Dynastie der Dazoltral vom Planeten Arkan. Wir herrschen seit tausend Jahren über die Galaxis. Das Mondmädchen bist hier wohl du. Ich werde dich zu Sternenstaub zerstrahlen lassen. Da kommt wirklich keine Sprechblase. Es kommt das nächste Bild. Du darfst jetzt was sagen. Hi Tora. Ich bin Perry. Das ist Cookie. Er ist ein Mausbiber. Tora. Okay. Das war die nächste Seite aus dem ersten Band. Und bis hierhin haben wir bisher normalerweise gelesen. Und jetzt kommt also etwas, was ihr mal wieder als Perry Rodan-Fans als Erste zu sehen bekommt. Wir haben nämlich eine brandneue Präsentation mit einer Szene aus dem zweiten Band. Den dürften vielleicht die wenigsten schon gelesen haben. Ich habe einige gesehen, die haben schon gepostet auf der Zugfahrt nach Braunschweig. Sie lesen gerade den Band, dann kennt ihr das ja schon. Wer es nicht kennt, ich hoffe, da kommt jetzt ein Titelbild von Band 2 als nächstes. Der kennt zumindest das Titelbild. Ja, der kennt dieses geheimnisvolle und wunderschöne Titelbild, das der Michael Vogt da gezeichnet hat. Und ich lese jetzt mal die Szene, in der quasi aufgelöst wird, was hier mit diesen geheimnisvollen Pilzen geschieht. Und hat jemand eine Ahnung? Ja, jeder ahnt, was da jetzt passiert. Aber wir lesen mal die Stelle im Buch. Ja, was vorher im Buch passiert, erzähle ich jetzt mal nicht. Das Ganze ist in sich verständlich. Aber klar ist, es geht los. Also los, wir suchen einen Hyperkristall im Reich der 42 Welten. Auf ins neue Abenteuer. Mit der kleinen Stardust können wir auf den Gammawellen reiten. Und ich erzähle euch mal so ein bisschen was zu Elementen im Bild. Guckt mal, hier ist ein sehr geheimnisvolles kleines Raumschiff, das später im Buch noch eine große Rolle spielt. Aber unsere Kinder sehen das zunächst nicht. Ich dachte, ihr habt mich mitgenommen, damit ich die Stardust steuere. Ich bin eine ausgebildete Pilotin. Alle Akonidenprinzessinnen können das. Ja, Thora nimmt gerne mal die Dinge in die Hand. Du wolltest schon immer mal ein Raumschiff von der Erde fliegen. Was? Pff! Wir fliegen auf den großen Gasplaneten dazu. Er ist dreimal so groß wie Jupiter. Vielleicht handelt es sich sogar um eine erkaltete Sonne. Und hier unten, geheimnisvolles Raumschiff. Spürt ihr das aus? Auch? Ich habe plötzlich eine Stimme im Kopf. Du sie, wusi, tu sie, mi, wusi, wusi. Jemand will mit uns Kontakt aufnehmen. Sie nennen diesen Planeten Goal. Vielleicht seht ihr das, liebe Freunde, dass der Michael den Namen Goal auch in den Planeten reingeschrieben hat. Kennt ihr das? Ja, das sind die kleinen Geheimnisse. Sind das die Goal-Lebewesen? Du sie, wusi, tu sie, mi, wusel, wusel. Durch die Behandlung im Physiothronen sollten wir doch jede Sprache der Galaxis verstehen können. Scheint eine Weite zu dauern, bis unsere Gehirne sich an die neue Sprache anpassen. Die Goalaner kommunizieren mit Gedanken. Seid mal leise, ich bin gut in sowas. Wir sind die Geister von Goal. Könnt ihr uns verstehen? Ich höre die Stimme in meinem Kopf. Was sucht ihr auf unserer Welt? Wir sind Besucher nicht gewohnt. Die Geister von Goal leben in den oberen Atmosphärenschichten. Sie können sich auflösen und anders wieder zusammensetzen. Manche sind mehrere Kilometer lang. Die Kinder, oh. Wenn ihr keine Gäste auf eurem Planeten mögt, werden wir uns wieder zurückziehen. Aber wir bitten um Hilfe. Wir suchen etwas, das wir einen Hyperkristall nennen. So etwas. Auf Goal werdet ihr so etwas nicht finden. Ihr müsst tiefer in dieses Sternensystem eindringen. Seid vorsichtig. Raumfahrt ist hier gefährlich. Die Geister von Goal haben recht. Wenn es hier überall diese Gammastrahlenstürme gibt, haben die Planetenbewohner dann überhaupt Raumschiffe? Leute, ich orte etwas, das ganz nach Raumschiffen aussieht. Vor uns. Ich steuere darauf zu. Oh. Und Sie sehen dieses große Bild auf der nächsten Seite. Trümmer. Hier hat es eine Raumschlacht gegeben. Einen Kampf zwischen Raumschiffen. Freunde, jemand sendet mir einen Gedanken. Irgendwo da draußen gibt es einen Überlebenden. Weißt du, wo wir ihn finden? Da hinten. Bei allen Geistern, Archons, was ist hier geschehen? Die Raumschiffe sind vollkommen zerstört. Weiter. Dort vorne. Da soll jemand drin sein? Hol deinen Raumhelm. Und die Hyperfunk-Armbänder. Wir gehen da rüber. Ob wir in diesem Wrack jemanden finden? Plopp. Also Cookie teleportiert sie raus. Cookie, bist du sicher, dass du einen Gedanken empfangen hast? Mir nach. Da lang. Hier ist alles fürchterlich zerstört. Wer hat so etwas angerichtet? Hierher. Wir folgen Cookie. Er weiß, was er tut. Da rein. Das muss so etwas wie die Zentrale des Raumschiffs sein. Hier sind keine Sitzplätze. Cookie, hier ist niemand. Hier rein. Ihm nach. Jetzt sieht man hier schon das Bein, das ja verschwindet. Was ist da, Cookie? Sei vorsichtig. Hallo, Kleiner. Sie finden also jemanden und er sagt, Kisi, Willi, Subsidupsi, Willi, Willi, Ticlata, Watata. Er spricht eine Wegasprache. Es ist eine andere Sprache als die der Geister von Gohl. Warte noch ein wenig, bis unsere Gehirne sich anpassen. Na du? Cookie, das ist bekannt, findet hier sehr schnell Kontakt. zu anderen Intelligenzen. Und er macht. Hopp. Und vielleicht haben es einige schon erkannt, das hier ist natürlich blau mit kupferfarben Haaren. Ein Ferone. Wir sind im Wegasystem. Willi, Willi, Tucki, Tucki, Wusi, Busi. Seid ihr, Tucki, Tucki, Monster, die uns angegriffen haben? Jetzt können wir dich verstehen. Aber wir sind doch keine Monster. Wir kommen vom Planeten Erde. Ich meine, Erde, Archon, Tramp. Wir kommen von drei komplett verschiedenen Nicht-Monster-Planeten. Ich bin Peri, das sind Tora und Cookie. Peri? Der bin ich. Null monströs. Ich bin Schaktor vom Planeten Ferrol. Wir sind gekommen, dich zu retten, Schaktor. Was waren das für Monster, die euch angegriffen haben? Wir wussten nicht, wie die Monster aussehen. Wir kennen nur ihre pfeilförmigen Raumschiffe. Wir sind aus dem Nichts gekommen und haben plötzlich unsere Raumschiffe angegriffen, wo immer sie ihnen begegnet sind. Wir Feronen sind mit unseren Raumschiffen in den gefährlichen Weltraum aufgebrochen, um friedlich das Wegasystem zu erkunden. Dann kamen von irgendwoher die Pfeilschiffe und haben unsere Raumschiffe zerstört. Das nächste Mal hatten wir ebenfalls Waffen an Bord, um uns zu wehren. Kurz mal eben auf dieser Folie bleiben. Hier haben wir natürlich einen Feronen, der ein bisschen für Comic-Fans eine bekannte Kleidung angelegt hat. Hat sich ein Schlumpf dazwischen geschlichen. Es kam zu einer großen Schlacht im Weltraum. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Wir müssen sofort nach Überlebenden suchen. Nicht nötig, ich bin der einzige, du meinst Schluck, der einzige Überlebende der Raumschlacht? Nein, das einzige Lebewesen, das überhaupt dort war. Wegen der Gammastrahlen im Wegasystem fliegen unsere Raumschiffe nur mit Robotern und Maschinen los. Und wie bist du dann in dieses Raumschiff gekommen? Ich wollte unbedingt wissen, wie das ist, in den Weltraum zu fliegen. Also habe ich mich an Bord eines unserer Robotschiffe geschlichen. Ha, dann bist du ein blinder Passagier? So haben wir auch einmal angefangen. Wir bringen dich auf deinen Heimatplaneten. Kannst du uns dahin führen, im Hintergrund oder vielmehr im Vordergrund, diese geheimnisvolle Figur mit drei roten leuchtenden Augen? So, so, interessant. Ich weiß überhaupt nicht, wo Ferrol liegt, mein Heimatplanet. Ich bin ein blinder Passagier, aber kein Astronavigator. Keine Sorge, wir haben einen sehr guten Astronavigator an Bord unseres Raumschiffs. Ihr habt ein eigenes Raumschiff? Wir werden deinen Planeten schon finden. Und wenn wir das ganze Wegasystem absuchen müssen, im Hintergrund, wir haben sogar jemanden, der uns ganz schnell dahin bringt. Hä? Unser Cookie hat nämlich ein paar besondere Fähigkeiten. Ich bringe euch auf die Stardust, gib mir deine Hand. Hä? Darf ich, und bling, sie sind teleportiert. Darf ich vorstellen, das sind RAS, Chubai und X7. RAS, X, das ist unser neuer Freund Chaktor. Hi Chaktor. Kling, das ist der kleine Spielzeugroboter, den Perry in Band 1 dabei hatte. Zurück geht's ins Vegasystem. Irgendwo unter den vielen Planeten und Monden muss sich doch Ferrol finden. Ferrol ist so gut versteckt, dass die Monster es noch nicht gefunden haben. Geheimnisvolles Raumschiff im Hintergrund. Warum glaubst du, dass die Typen in den Pfeilschiffen Monster sind, wenn ihr sie noch nie gesehen habt? Jeder, der einfach so Raumschiffe zerstört, ist ein Monster. Hey, ich glaube, ich habe es echt gut raus, auf den Gamma-Wellen zu surfen. Übertreibe es nicht, RAS. Wir wollen in einem Stück auf Ferrol ankommen. Kl-Writz-Kling, der kleine X7 äußert sich immer noch. Siehst du, X7 findet es auch cool. Ja, das macht Spaß. Scharf links rum. Und jetzt rechts. Klick, klick, krwitz. Das ist einer der inneren Vega-Planeten. Kr-Zwick. Ist das Ferrol? Ich weiß es nicht. Sieht ein bisschen aus wie die Erde. Ist die Erde dein Planet? Genau, da komme ich her. Die Erde ist ein schöner Planet. Da gibt es viele Pflanzen und Sauerstoff und große Meere und Erdbeereis. Aber nicht so viele Kontinente wie hier. Rums, hoppla. Der Gamma-Sturm wird stärker. Wir sollten schnell mal irgendwo landen. Na, der schöne blaue Planeta bietet sich doch an. Seht ihr den Dschungel da vorne links? Ich versuche da runter zu gehen. Wir haben eine ziemliche Geschwindigkeit drauf. Tauchen in die Atmosphäre ein. Kr-Z-Kling. Keine Angst, X7. RAS schafft das schon. Sieht doch nach einer sehr sauberen Landung aus. Pitsch. Da vorne geht's. Jetzt sind sie also runtergekommen. Landest du immer so? Das kann man bestimmt noch ausbeulen. Damit wir mit der Stardust wieder starten können, müssen wir sie irgendwie wieder aufrichten. Man sieht schon, wir nähern uns der Situation aus dem Titelbild. Da ist ja auch die abgestürzte Stardust zu sehen. Hey, merkt ihr was? Ich mache kurz auf die Blume hier im Vordergrund aufmerksam. Aber das nur so nebenbei. Mir ist so, als wären wir nicht allein. Das sind, wir sind am Ende einer Seite und blättern wieder um zur nächsten Seite mit der sensationellen Enthüllung. Es sind Planetenbewohner. Die haben ja Pilzköpfe. Das sind keine Pheronen. Also da ich hier unter Periodanfreunden lese, ihr merkt schon, wir haben ins Vega-System so einiges verlegt, was in der Serie an anderer Stelle stattfindet. Aber wir mussten die 42 Welten ja irgendwie mit Leben erfüllen. Es geht also weiter. Diese seltsamen Wesen sagen in ihrer Sprache, Zihi, 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 Zihi. Thora, runter mit der Waffe. Kri, Kri, Zihi, Zivi. Ich mache ganz kurz auf die Blume im Vordergrund aufmerksam. Die Biene hat sich wenig interessiert dafür. Die Pilzköpfe verständigen sich im Ultraschallbereich. Ah, das kann also nur Cookie hören, weil er Gedanken lesen kann. Aber ich spüre, dass sie friedlich sind. Die hier heißen Jün. Der hier heißt Jün. Die anderen sind Pühl, Jürsch und Rüngo. Die Pilzköpfe. Tut mir leid, wir konnten uns den Gag nicht verkneifen. Die Blume entwickelt sich allerdings zu so einer Art fleischfressenden Pflanze. Die Biene ist inzwischen gelandet hier. Okay. Sag mal, Cookie, woher kennst du die Namen? Kannst du denn etwa Gedanken lesen? Hast du deshalb Chaktor im Trümmerfeld gefunden? Ja, das war noch nicht bekannt, dass Cookie Gedanken lesen kann. Er hat ja nur gesagt, ich empfange einen Gedanken. Das könnte ja auch ein ausgesendeter Gedanke gewesen sein. Und Cookie nur, hm? Hatte ich das nie erwähnt? Wenn jemand besonders intensiv denkt oder ich mich besonders stark konzentriere, kann ich seine Gedanken wahrnehmen. Ich bin also Teleporter, Telekinet und Telepath. Cookie der Super-Iltz. Ja, das wäre auch eine schöne Stelle, um Schluss zu machen. Und hier frage ich die Kinder also dann immer, sollen wir nochmal eine Seite weiterlesen? Es geht weiter. Die Jützisch sagen ja. Zivi, Hivisi, Zizi Jützisch. Zihi, wie Sie Gattas. Die Bewohner dieses Planeten nennen sich Jützisch. Ihr Planet heißt Gattas. Frag sie, ob sie wissen, wie wir Ferrol finden. Bitte noch nicht weiter. Ja, die Blume hat sich hier leider um die Biene inzwischen geschlossen. I, 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 Krietz, Krietz. Was gucken die uns so komisch an? Ist dir aufgefallen, dass die vorne und hinten Augen haben? Kiki, Krihi, Zivi, Zizi, Ziki, Zizi. Ich bin übrigens der Autor dieses Buchs. Ich habe das geschrieben. Die wollen uns doch nicht etwa essen. Unsinn, Freunde. Die Jützisch sind friedliche Pflanzenesser. Wir können ihre Sprache nicht hören, aber Kiki kann ihre Gedanken übersetzen. I, I, Zizi, Zivi. Zihi, Zihi, Wie, Zizi, Zihi, Wie, Zihi. Er sagt, die Jützisch haben einen wie dich schon mal gesehen. Wie mich? Zihi, Zizi, Zihi. Vor langer Zeit machte sich ein fröhlicher Wanderer auf, einen längst erloschenden Vulkan zu erkunden. Hier sehr nett, der Jützisch mit Wanderstab und Beutel. Im Innern fand er einen Felsen, der aussah wie ein Tor. Das steinerne Tor mitten im Krater bot dem Wandersmann einen Blick in eine andere Welt. Der Wanderer nahm all seinen Mut zusammen und fand sich in einem wunderbaren Land wieder. Obwohl er die Sprache der Eingeborenen nicht verstand, erkannte er, dass sie freundliche Wesen waren und lebte in der Welt hinter dem Tor eine Weile mit ihnen zusammen. Die Pheronen sagen natürlich in ihrer Sprache, Subsi, Dupsi, Subvilisi. Er kam sogar mit einem kleinen Freund zurück in unsere Welt und dieser lebte viele Jahre mit uns zusammen. Und der sah so aus wie ich? Wo ist der? Zihi, Wihisi, Wisi, Gri, Gri. Irgendwann bekam er Heimweh und ging zurück in den Vulkankrater. Er durchschritt erneut das Tor und damit hat man nie wieder etwas von ihm gesehen oder gehört. Danach, dann. Das Bild auf der anderen Seite war erloschen. Wo ist dieser Vulkan? Kannst du uns da hinbringen, Jün? Und das ist jetzt wirklich das Ende des Vortrags. Ich weise noch darauf hin, dass die Biene der Blume entkommen ist und stinksauer ist. Und das sind so die kleinen Geschichten und Nebengeschichten. Bis hierhin die Lesung aus Bands 2. Kannst du die Dankefolie noch einblenden? Kann ich auch. Ja, da kommt noch eine Dankefolie am Ende. Alle sind immer so liebevoll, wenn sie dieses Album angucken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Pause. Bis zum nächsten Mal.